Und in Frankfurt begrüße ich Günter Burkhardt, den Geschäftsführer von Pro Asyl. Was erwarten Sie von der heutigen Konferenz? Wir hoffen sehr, dass die Worte von Frau Merkel richtig werden und Realität werden, dass ein starkes Signal der Solidarität ausgeht. Das heißt, zunächst einmal müssen die finanziellen Mittel fließen, damit Hilfe vor Ort möglich ist. Diese muss aber auch ankommen. Etwa Jesiden in der Türkei, Kurden in der Grenzregion, die sind ja alles andere als willkommen in der Türkei. Im Libanon kippt die Stimmung. Man will die Grenzen schließen, dass Flüchtlinge aus Syrien nicht mehr in den Libanon einreisen können. In Jordanien gibt es ähnliche Tendenzen der Abwehr. Ein starkes Signal der Solidarität. Das müsste für Pro Asyl auch heißen, dass Europa selbst bereit ist, seine Grenzen zu öffnen. Geht dieses Signal der Solidarität auch über materielle Unterstützung hinaus? Brauchen Sie zum Beispiel auch als Organisation eine Art Stärkung, damit Ihre Aufgaben in der Gesellschaft besser wahrgenommen werden? Pro Asyl finanziert sich ja glücklicherweise selbst, dank der 20.000 Mitglieder, Spenderinnen und Spender. Von daher spielen wir eher die kritische Rolle in der Öffentlichkeit und stellen Erwartungen, Forderungen an die Politik. Etwa wenn ich jetzt konkret an das Thema Syrien denke, sehr viele Menschen aus Syrien fliehen über das Mittelmeer, weil die Grenzen Griechenland, Türkei sind geschlossen. Und während jetzt die Außenminister, der Entwicklungsminister, für Solidarität mit syrischen Flüchtlingen sich einsetzen, sind die Innenminister Europas, auch unser Innenminister dabei, die Grenzen weiter zu perfektionieren. Die italienische Seenotrettungsoperation Mare Nostrum, wo über 100.000 Menschen aus Seenot in einem Jahr gerettet wurden, soll beendet werden. Es soll eine Grenzschutzagentur das übernehmen. Es wird hier noch mehr Tote geben im Mittelmeer. Von daher ist diese Konferenz für uns zwiespältig. Hilfe vor Ort muss sein, viel mehr als bisher. Aber Europa darf Flüchtlinge nicht an seinen Grenzen die kalte Schulter zeigen. Also ganz konkret haben Sie ja schon vor dem Auftakt der Konferenz eine Öffnung der Grenzen Europas gefordert und eine Einrichtung einer europäischen Seenotrettung im Mittelmeer. Wie soll die konkret aussehen? Das Europaparlament muss die Mittel hierfür bereitstellen. Wir wollen, dass Menschen, die in Seenot gerettet werden, da geht es um das Recht auf Leben. Und das andere zum Thema Grenzen, wenn ein syrischer Flüchtling an die griechisch-türkische Grenze kommt, wird er zurückgeschickt, zurückgewiesen, wieder ins Meer geprügelt. Wer es über Bulgarien versucht, erlebt, wenn er in Deutschland ist, dass er dorthin wieder zurückgeschickt wird, selbst wenn in Deutschland Angehörige leben. Wir wissen ja, die Mehrheit der Flüchtlinge will in der Nachbarregion bleiben. Aber rund 80.000 möchten ausreisen zu ihren Angehörigen nach Deutschland. Und da gibt es nur 20.000 bis 30.000 Plätze und vor allem geschlossene Grenzen. An der Grenze Griechenland-Türkei, an der bulgarisch-türkischen Grenze wird zurückgeschoben. Und deswegen gehen Menschen in die Boote über das offene Meer. Schon gestern waren ja Flüchtlings-Kinder Thema einer Konferenz. Gab es da Fortschritte? Der Fortschritt ist, dass man jetzt hinschaut, wahrnimmt, wenn man nicht handelt, werden im Winter Tausende an der absoluten Überlebensgrenze entlang dahinvegetieren. Es muss Hilfe kommen und sie muss vor Ort auch ankommen. Was jetzt rauskommt, da sind wir sehr gespannt. Etwa ist die Frage zu stellen, wird die Türkei mitspielen, dass Hilfe auch bei den Kurden ankommt, dass sie bei den Jesiden ankommt. Wird Europa vielleicht so weit gehen, dass man sagt, dass man Waisenkinder, Frauen, deren Männer erschossen wurden, die gerade die Grenze Irak-Türkei überschritten haben, aufnimmt, einige aufnimmt, wenigstens einige aufnimmt. Das wären Forderungen von uns, aber auch von Jesiden und anderen Minderheiten. Ob dies Thema der Konferenz ist, da habe ich persönlich meine Zweifel. Aber es ist wichtig, dass das Thema Flüchtlinge aus Syrien in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt wird. Sagt Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.